Danke. So, aber jetzt drosch. Die Leute warten schon. Aber was kann der Siegeswund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Siegeswund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt.